Alter, ich kann Zivilisten töten. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Spawn in neu. Hey, hör doch mal auf, Helen. Ich bin betrunken. Helen, das ist so uncool. Ich beende unsere Beziehung. Ich beende unsere Beziehung, Helen, wenn du es nochmal machst. Du sei es gewarnt. Stehst du da noch nicht drauf? Nee, da stehe ich nicht so drauf, kleine Squirterella. Ach hier. Eva. Sie war die ganze Zeit schwanger. Plopp, ist da ein Baby rausgeploppt. Mit einem Schnulli und einem Bart. Das Baby hat jetzt schon Bart. Ich werde deinen ganzen Schnaps zerstören. Lass meinen Schnaps in Ruhe, du alte Zicke. Oh, ich habe historische Tintur zerstört. Nee, nee, Moment, den Pfadfülldünner brauche ich noch. Und jede Menge Bilder an der Wand. Oh, das ist mein Papa. James. James Camelhoof. Was machst du da mit dem Wein? Ah, sie schmeißt alkoholische Getränke auf mich. Was machst du da mit der Schere und der Zahnbürste? Das wäre ich mir nur über sieben. Komm schon. Will ich in den Irrgarten? Na, was? Komm schon, verkeilen. Hast du die geworfen? Wie so ein Datenpfeil. Ich arbeite schon lange hier. Treten, treten mit X. Treten mit X. Hallo. Du bist ausgestorben, verdammt. Ich würde auch in jemanden hier laufen. Au. Oh, fuck. Ich bin auf Lego getreten. Shit. Und ein bisschen Abwechslung, was die Musik angeht. Denn das Lied, alter, das brennt sich in mein Gehirn. Tötet mich. Und ich bin keine Frau, ich bin männlicher Mann. Aber ich bin nicht schwarz. Moment, wie kann ich meine Hautfarbe ändern? Nicht kleiner Rassist. Oh Gott, was ist das? Oh, irgend so eine kleine Bastard-Puppe. Könnte so ein Hands-On-Geschäft werden. Ja. Guck mal hier, der rennt sogar. Alter, der hat ja den Schreit noch so. Zum Holz hinterhergeworfen. Jetzt läst sie langsam durch. Ja, ja, der ist so wahnsinnig. Rennen, schreien. Schreien und rennen. Oh, die Kitti ist voll eklig. Oh Gott, mach zu. Ich bin gestorben, der hat mich gegessen. Der hat mich gegessen. Ich bin so groß. Der hat sich gedacht, oh, ist das eine leckeres Leck? Ist das eine schwarze Olive? Jetzt brauche ich nur noch ein... Ey, 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 alter Steve, Steve. Was, Steve? Geh wieder zurück ins Bett. Was hast du da für einen Einlauf? Wir müssen noch einen Einlauf machen, dann geht es aber ins Bett. Ich bin Bobby und nicht Steve. Okay. Du bist ein Mann, Kies. Du bist ein Mann. Du gehst schon ganz allein auf Toilette. Jetzt zeigt der Welt, dass du ein Mann bist. Das Personal schändet mich. Schändung. Kommen Sie mit. Schändung. Nicht in die Hölle. Nicht in die Gaskammer. Nicht in die Gaskammer. Nein, 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 Schwester, nein. Nein, der lila Dampf. Ich will den lila Dampf nicht. Nein. Das ist gut für Sie. Das ist gut für Sie. Hilfe. Ich kotze nicht. Das ist russisch, ja. Ich kommuniziere auf russisch. Renn, Kies, renn. Vorsicht, Lego. Vorsicht, da kommt eine Kundin. Schlag sie nicht tot. Schlag sie nicht tot, Helen. Du tust mir nicht, was ich zu tun habe. Alter, es riecht sie komplett durch. So, ich habe auf M. Kann jemand mal bitte dieses dämliche Pferdchen zerstören? Kann irgendjemand daraus Feuerholz machen? Das wäre super nett. Alter, die ist brutal, die Frau. Alter, die ist brutal, die Frau. Das gibt es gar nicht. Aber der Laden, leer, ne? Gehende Leere. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Also, da war ich schon in besseren Pizzerien. Ja, ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Komm, wir fliegen runter zu Tonys, Alter. Irgendwie schon, ja. Ich glaube, wir gehen lieber zu Tonys. Also, auf Yelp werde ich auf jeden Fall eine ganz schlechte Kritik da. Oh, was? Aber guck mal, ich habe noch was gefunden. Wisst ihr, seitdem ich mit Greis so viel Verkehr habe, in seinem Greisverkehr, ja? Seitdem, ne, habe ich keine Werbung mehr. Also, Greis hat mit dem Ganzen angefangen. Naja, eigentlich. Er hat mein gutes Niveau, das ich früher mal vertreten habe. Ja, genau, genau. Er hatte mal einen Ruf auf YouTube. Heilige Scheiße. Heilige Scheiße, was ist das? Ich hänge in der Luft, ja, ich bin da. Kieschor gewinnt, Kieschor gewinnt, ja. Das gibt's doch nicht. Wie kann das sein? Also, die Pizzeria kriegt eine ganz schlechte Bewertung von mir. Ich gehe jetzt erstmal auf Yelp. Ich werde jetzt erstmal den Laden ganz, ganz schlecht. Ganz schlechter Laden. Ja, wirklich. Also, richtig mies. Warte kurz, ich verfasse es eben. Die Oliven waren fliegend. Ja. Ekelhaft. Nie wieder wirk. Hashtag wirkepizzeria. Moment, ich mach auch noch eins. Selten habe ich so einen schlechten Service erlebt. Es gibt überall Regelblut auf dem Boden. Unfreundliches Personal. Kein Lächeln, in Klammer. Ich war super nett. Und die Pizza war kalt und vom Vortag. Der nächste Kommentar. Mit dem Regelblut kann ich gut leben. Aber der Brokkoli war definitiv von gestern. Das ist bestimmt hier jetzt. Ah, Kabe! Scheiße! Ah, da sind sie ja. Franklin! Na, er hat wieder eine Spritze, oder? Franklin, warte kurz. Ich habe, diesmal habe ich das blaue Zeug aufgezogen. Das magst du doch so gern. Fick dich, Kreis! Boah, Gott! Nein! Nein, Baby! Nein! Kicker! Und meine französische Ex-Frau hier will mir Alimente aus den Rippen leiern, aber ich will mich lieber betrinken. Ich asse dich! Früher warst du ein wunderguter Geschäftsmann, jetzt du hast nur noch Kotze. Du hast nur noch Kotze auf die Pullover. Ich habe eine stressige Karriere. Ich brauche erst mal Fusel. Ich mache deinen Schnaps kaputt. Ich brauche Fusel. Hör auf, ich mache meinen Fusel. Okay, mit meinen Gedanken kann ich dieses Pferdchen hier zum Schaukeln bringen. Da wird mir schlecht. Ich sollte damit aufhören. Abschließen, immer abschließen. Aber jetzt... Ja, Fick dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.